Kuckuck da bin ich wieder es geht weiter es liegen noch 200 Kapitel vor uns und um ja nicht so wie ich dachte nur zehn Kapitel sondern zwölf aber ich habe ein bisschen vercheckt dass man später sogar noch auf den Planeten kommt und alles um die Euro wir haben immer noch unsere fett aufgerüstete Puls Riffel das ist natürlich sehr sehr gut Ripper für Kleinzeugs und Line Gun falls wir mal von sehr sehr vielen Gegnern bedrängt werden sollten ich werde jetzt euch überlegen ob ich den Ripper aufrüste oder lieber die Line Gun also erstmal Power Not sammeln schreibt in die Comments was ich aufrüsten soll Line Gun oder Ripper Line Gun wäre natürlich aufgerüstet auch sehr stark das Problem bei der Line Gun ist um man muss halt man muss halt zu viele Sachen aufrüsten meiner Meinung nach und das ist beim Ripper halt viel weniger und den benutzen wir ja auch ziemlich oft also aber das liegt bei euch schreibt einfach in die Comments was ihr denkt was ich aufrüsten soll und dann ist halt jungt ja ja wieder ja wieder ja wieder Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Stand by Stand by mit sich verarschen, wo soll denn dahin? Ah! Oh! Und es kommt gleich ein alter Bekannter werden, ein alter Bekannter werden wir gleich wiedersehen. Ich glaube, man hört ihn sowas schon. Oder ist das nur die Musik? Und dann habe ich keinen Bock auf das Viech. Aber das muss wohl. Die Dinger wieder. Der Kopfsalat! Da ist er doch! Ne! Oh mein Gott! Die Dinger! Wiss ich! Bleib schön da stehen! Ja! Ja! Da werden wir bestimmt gleich noch hin müssen. Oh! 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 Wie läuft das schon! Dann war's schon! und wer hat mich erschreckt na gut die kann auch einigen überraschend beseitigen und ich sage dass man alles auf was hier liegt auch wenn es im Moment irgendwie überwältigt sind fast oder ist die nämlich auch immer gerne mit So, her damit Oh was Er wieder Tschüss Die Dinger können einen sogar angreifen So, dasselbe Spiel wie letztens So Krookie Juhu Ich glaube, wir müssen mal eben den Ripper ein bisschen Denn dafür haben wir ziemlich viel Munition So, das müssen wir gleich wieder gegen unser Ja, da draußen warten sie schon noch uns Die Viecher mit ihren Säcken Oh, das ist wirklich erstreckt Das ist ein bisschen Die Geschichte ist richtig Und er hat nur die Worte Die Worte So Probier Die Worte Das sind die Die Worte Setser ist nicht mehr da so ich glaube ich nehme wieder die Dingsbums weil gleich kommt glaube ich die Tentakel ziemlich sicher ja also wenn das nicht nach den Tentakel Dingsbums aussieht wait for it Achtung 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 oh die Dinger oh da hätte ich jetzt nicht gerechnet oh ganz schön viele oh das liegt ja auch da alter scheißviech ich hätte jetzt mit 19 Tage gerechnet aber nicht mit einer Wannvagina Mann, Mann, Mann. Hat uns ganz schön viel AP gekostet, muss ich sagen. Okay, da können wir hoffentlich nicht durch. Okay. So. Schön die Munition wieder kriegen, die man gerade verbraucht hat. Das ist immer gut. So, wie sieht's denn aus? Inventor. Ach, ist ja noch reichlich Platz. Durch unseren neuen Anzug kann man jetzt ja mal Platz. Das ist ja dann gut. So, wir halten uns noch nicht. Eine weitere Zulette. 3000 Credits, nice. Und warum sollten wir jetzt hier rein gehen? Sehr gut wegen der Credits, aber. Locked. Ah, klar, mit der Kick-Arts. Das habe ich wieder vergessen, so. Ich glaube, gleich kommt unser Freund wieder. Jetzt fragt er mich, wer freut mich vielleicht. Oh ja. Den, der denkt, er ist cool. Weil er sich regenerieren kann. Ich wette, er kommt gleich aus dem Boden. Ich wette es. Ich wette, der kommt gleich. Man hört ihn schon. Yeah. Da muss ich rein. Ich will aber noch nicht. Ich will erst speichern. So. Ähm... Ja, ich glaube, ich gehe vor. Also, da komme ich ja raus. Und, glaube ich, gehe ich mal kurz hier rein. Also, wenn der die noch lebendige ist, dann weiß ich sie auch nicht. Scheine nicht. Hier liegt bestimmt noch was rum. Die Verbläts. Und... Bis zum Leben. Ja. Okay. Ich bin bereit. ich bin bereit ist mein Dämon ich kann nicht reden soll hier kommt die Tentake da muss der Schwachpunkt auch da die Punkt jetzt kommt das war gut vor allem und ob sie in die Bestimmung Brugwort Zulner Pellio bei den Nutzen Herrlich das wird er nämlich gerne mit ich dachte Prozent Aber, äh, nee. So, da müssen wir rein, ja?